. 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 Jetzt ist der Teufel los, bei uns geht's richtig ab, jetzt ist der Teufel los. Die Nummer 18 schießt den Ausgleich für Kalbala, Torschütze zum 1 zu 1 René Dragendorf. Die Nummer 18 schießt den Ausgleich für Kalbala, Torschütze zum 1. Die Nummer 18 schießt den Ausgleich für Kalbala, Torschütze zum 1. Die Nummer 18 schießt den Ausgleich für Kalbala. Die Nummer 18 schießt den Ausgleich für Kalbala, Torschütze zum 1. Die Nummer 18 schießt den Ausgleich für Kalbala. Vielen Dank. Jetzt ist der Teufel los, bei uns geht's richtig ab. Jetzt ist der Teufel los, bei uns geht's richtig ab. 2 zu 1 für Kalvala durch 9 Meter. Torschütze René Dragendorf mit der Rückennummer 18. 2. 2. 3. 4. 4. 8. 9. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 18. 10. 10. 11. 12. 12. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Tolles Spiel, was wir hier sehen, auf Messerschneide 2 zu 2, Ausgleich für Kiesdorf, Torschütze mit der Nummer 27, Max Semkowitz. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.